So, und wir sind wieder zu Hause. Ich komme gerade aus dem Kino und der neue Sonic-Film ist wirklich wow, richtig, richtig klasse. Dazu gleich mehr, ich möchte auch ein paar Worte über das Kino dann loswerden, aber schaut mal, was ich in den Tiefen meines Regals gefunden habe. Also, ich wusste gar nicht mehr, dass ich das noch habe. Das sind alle Sonic-Spiele von Sega auf einer DVD-ROM für einen Computer. Das ist ja cool. Also, ich hatte dunkel in Erinnerung, so etwas im Regal zu haben. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich das her habe. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich muss das unbedingt spielen. Dazu noch andermal, in einem anderen Video. Jetzt erstmal ein paar Worte über den Film und über das Kino.